Hi! Heute möchte ich euch mal das Zahlenlernlied spielen. Genau. Und das Zahlenlernlied, das geht so. 5, 6, 7, 1, dieses Lied wird vielleicht deins. 8, 9, 6, 5, 2, heute gibt's Kartoffelbrei. 2, 4, 1, 8, 3 und Gemüse mit dabei. 7, 3, 8, 4, Mama kann gar nichts dafür. 8, 9, 4, 3, 5, du hast gestreifte Stinkestrümpf. 3, 2, 1, 9, 6, auf deiner Nase ist ein Klecks. 10, 4, 9, 5, 7, morgen möcht' ich gerne fliegen. 3, 2, 7, 8, beim Quatsch, da wird gelacht. 1, 6, 4, 5, 9, ich will mich nur noch freuen. 3, 1, 9, 2, 10, das musst du jetzt verstehen. Und das Ganze jetzt vielleicht mal rückwärts. 3, 2, 1, 7, 8, beim Quatsch, da wird gelacht. 1, 8, 3, 1, 8, 3 und Gemüse mit dabei. Denn 8, 9, 6, 5, 2, heute gibt's Kartoffelbrei. Und 5, 6, 7, 1, dieses Lied wird vielleicht deins. 4, 5, 7, 1, kaç. 5, 6, 7, 12. Untertitelung des ZDF, 2020